Schönen guten Abend aus Saarbrücken, willkommen zu Lotto am Samstag. Knapp 15,8 Millionen Euro, so viel war bei uns am Mittwochjahr im Jackpot. Heute sind es in Anführungsstrichen nur noch 3 Millionen Euro. Der Jackpot ist also geknackt, aber keine Sorge, auch heute können Sie mit den richtigen Lottozahlen Millionär werden. Lotto-Kugeln und Ziehungsgeräte sind natürlich wie immer im Vorfeld ordnungsgemäß überprüft worden. Wir können also starten. Ihnen allen an dieser Stelle jetzt viel Glück. Tja, ein Hesse, der hat es geschafft. Er war nämlich der Einzige mit den passenden 6 richtigen und der dazugehörigen Superzahl. Und die knapp 15,8 Millionen Euro gehören ihm jetzt ganz allein. Herzlichen Glückwunsch dazu und hier jetzt Lottozahl Nummer 1 an diesem Samstag. Die 31, die ein Millionär sein, damit ist der Hesse aber nicht allein. Insgesamt 63 Spieler sind in diesem Jahr bereits mit 6 aus 49 und dem Spiel 77 Millionär geworden. Die zweite Zahl, die 22. Zwölf von den 63, die kommen aus Nordrhein-Westfalen. Denn NRW ist damit, was Lotto-Millionäre betrifft, Spitzenreiter in diesem Jahr. Und die dritte Zahl für heute, die 28. Ja, und bei dem einen schlägt ja, bei dem einen Bundesland schlägt Fortuna etwas mehr zu. Bei allen anderen Bundesländern verteilt sich das so im gleichen Maße, kann man sagen. Aber nicht so heftig wie in Nordrhein-Westfalen. Die vierte Zahl, die 23. Und verblüffend ist auch, dass die meisten Spieler mit der zweiten Gewinnklasse Millionär werden. Also ohne Superzahl, nur mit einem ganz einfachen Sechser. Hier die vorletzte Zahl für heute, die 35. Zum Vergleich mal, 24 Spieler sind ohne Superzahl Millionär geworden. Also mit nur sechs Richtigen. Und drei weniger, nur 21 Spieler sind dagegen mit der Superzahl Millionär geworden. Also ein Hoch auf die zweite Gewinnklasse. Die 30, die letzte Lottozahl für heute. Das sind sie also, die sechs Richtigen an diesem Samstag. Nicht Mittwoch, Samstag ist ja heute. Und wir machen jetzt auch nahtlos weiter natürlich mit der Ziehung der Superzahl. Ich drücke nochmal die Daumen. Viel Glück. Insgesamt sind es heute bei uns 23,8 Millionen Euro in der gesamten Ausspielung. Und im Jackpot warten, nachdem der ja geknackt wurde, heute rund drei Millionen Euro. Für die sechs Richtigen von eben mit der Superzahl heute. Und das ist die acht. War, glaube ich, lange nicht mehr da. So, dann gucken wir uns doch die Zahlen von heute nochmals in der Übersicht an. Hier sind sie in der richtigen Reihenfolge. 22, 23, 28, 30, 31, 35 und die Superzahl 8. Und noch die Gewinnzahlen der Zusatzlotterien. Die werden hier bereits in meinem Vorfeld zur Liveziehung ermittelt. Und wir starten mit dem Spiel 77. Heute ebenfalls drei Millionen Euro wert. 1, 8, 7, 0, 8, 5, 3 und Super 6, 4, 2, 6, 8, 9, 7. Insgesamt 18 Spieler sind übrigens dieses Jahr schon mit dem Spiel 77 Millionär geworden. So, das war's von uns. Das war die Lottozählung am Samstag und der kleine Ausflug in die Millionärstatistik. Vielleicht gehören Sie jetzt in diesem Moment dazu. Alle Zahlen zur heutigen Sendung finden Sie wie gewohnt im Netz auf lotto.de. Und am Mittwoch, da begrüßt Sie an dieser Stelle wieder meine liebe Feenkollegin Nina Assisi. Ihnen allen jetzt noch ein schönes Restwochenende. Tschüss, machen Sie's gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020